Hallo und herzlich willkommen zu Subtans, wie es ist Morgens? Überleben endlos. Ja genau! Ich bin jetzt schon mehr auf mir. Ich könnte kotzen... ...art... ...weil... ...das macht keinen Spaß. Nein, 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 nein... Nein, 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 nein... ...nein... 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 ...neeh... ...ich kann nicht Spaß machen. ...die ist auch zu pflanzen. ... ...immortal! ... ...weil nicht zufrieden. ... 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 Machen wir die Musik ein bisschen leiser, das war lauter Weil er ist grundrichtig Ja, I like it now, I like it now Laut Laut Ich wacke zu klauen, ich bin ja zu klauen In Cloudweb Vielleicht können wir die erste Kriste weiter Mal gucken, ob ich diesmal überlebe Und ne aus Zu rasten Weil die Schieten G'mon, ruf verloren Jetzt kommen die Gagantur hast Und ich habe kein Bock mehr Nein, 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 das war Über Ach, die ist auch noch. Die Jürgen haben Thomas Pauling ja gar nicht mehr zu kommen, die Autos haben ja schon alles kaputt gemacht. Was ist denn von mir gekommen? Das ist doch nicht mehr normal. Like the fuck. Pfff, verrasid. Ich bin nur komplett gewastet. Verpisst euch, ihr Affencapte-Menschen. Verpisst euch. Ich mag euch nicht, mich nicht. Ja, die Renn ist super. Ich muss mich da auszuzufeln. Ja, verloren. Ja, ich hab keinen Bock mehr, nein, 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 nein. Überhaupt keinen Bock. Ja, die Rennen jetzt rüber. Ja, die Rennen jetzt rüber. Ja, und ich kann überhaupt nichts machen. Nein, 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 nein. Ich kann nichts machen. Ja, ich hab bereits verloren. Eine Welle. Äh... Ja, noch überlebt, aber das war's. Ja, diese Fotzen klauen mir doch immer alle. Und dann kann ich nichts mehr machen. Denn... Weil ich hab gar keinen... Lange Halt. Denn ich hab bereits verloren und richtig schad. Ja, weil die mir hier immer alles kaputt machen. Sodass nichts mehr richtig ernst kam. Oh, nein. Nein. Kaputt machen. Kein Fall lassen. Hm? Oh, ja. Kommt, ist wasted. Ich... überlebt. Ich hab die Welle überlebt. Wuuuuh. Bill dum 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 dum. Leck mich... G-mich... Ziemlich hart... An... meinem Arsch... Ihr... Ickel... Haften. M lavender. Ickelha-ha-f-ten. Dimm du-du-dimm. Dum... youm. Ich fang nochmals von vorne an Ich brauche viel mehr Sonnenlicht, aber ich kriege ja keinen Ich brauche viel mehr Sonnenlicht, aber ich kriege ja keinen Ja kein bisschen Sonnenlicht, das wär's schön Weil dann könnte ich eventuell auch was reißen Ja, was reißen Außer ich lade beim Hochsprung Ich geh nicht Einfacher hängen Ja, weil das wird mir einfach viel zu viel Ja, die rennen einfach durch die Mongos Und ich kann nichts mehr machen Außer versuchen zu verteidigen, aber das klappt doch nicht Nein, nein, es sind zu viele Ich hab kein Sonnenlicht Nein, 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 kein Sonnenlicht Ich wünschte ich hätte welches Aber die haben sich einfach durchgekrabelt Und ich fang an zu heulen Gentlemen, neneh 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 Ach, einen hab's auf den Close-Button Wurde ich das sehen Mhmh, ich will zu sieht begegnen Weil das ist doch B.S. Mann Ja, B.S. S.S.S.S Ja ich bin maximal hart fett am Arsch, da fehlt sich schon wieder einer vorbei, leck mich doch an mein Sack. Ist mein Leiter Ich weiß nicht, was ich machen soll Die größten Fall der Mongos wäre ich ja bereits ab, aber Die Minecraft-Spieler gehen voll auf den Sack Ich hasse Minecraft-Weilers-Volle-Reprex-Spieler Die Gabel riecht einfach vorbei Und Knussband an meinem Tatschen Finde ich nicht, ganz und gar nicht Gut, oh nein, du musst die einfach mal machen, ja? Die laufen einfach straight vorbei und ich denk mir nur Ja, leck mich doch, hab Fett an meinem Arsch Du Knäschst Den haben sie schon aufgetauscht Du Knäschst Lass mich doch Material, die Bogen bauen Oh, nö, dass diese einfach verschwindet Aber ich steh Was du meinst Es ist dir viel schwer, weil Ich bin ein Kakenu Und jetzt bekommen wieder die Kakaduas Wenn ich es richtig seh, oh ja, ja, ha, ha Leck mich an meinen Sack Ich werde heulen Ich werde heulen Und aufgeben Aufgeben ist never a Lösung Legends never lose Jedes Or die Legends never die A Ellisch Testosteron Pfffudi DON Glaube ich weis, dass niemand unser anderes machen könnte aber es gibt hier kein nächstes mal ich hab gesagt ich werde es nur einmal spielen was ich verkackt weil wir erst mal mal erst mal zu zahlen oder ziemlich früh und da ich jetzt mindestens zwei parts hier mit verbracht haben wir sind so ein bisschen da und ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin da zu sein und er ist das gefahren ich hätte niemals mit katholsker kommen ich habe verloren ich kann so ist kann so weiter zu kämpfen mehr zu tun kann ich nicht die kristallistin die kristallistin kommt es durch ich habe null verteidigung bekommen dass wir sonnenlicht und verteidigte zu bauen es kommt schon der erste gang band uhr und ich bin am arsch wollen wir in der unteren lane ist doch alles in ordnung ich bin hart gefickt und das gefällt mir ganz und gar nicht nein bitte lasst mich natürlich kommen die genau zeitgewerter ist auf der selben lebt unten die oben ist dann okay hier oben kann ich doch abwehren irgendwie hoffentlich ich weiß es nicht hier unten hier habe ich ja nichts mehr jetzt nur noch zwei Millionen abholte einmal die zum kaktus und zum nixer also was mehr habe ich nicht wir sind schon sonnenlicht ich meine da ist kein geld er ist verloren die rennen jetzt rüber es sind einfach viel zu viele ich kenne ich glaube nicht mal in 100 Jahren ich meine ich habe ja noch rasen mehr aber die bringen ja auch nicht so wirklich weil die da noch einfach weiter ausrüsten selbst wenn ich die aufgehrem haben sie nicht mehr Mama 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 Ich kann doch einfach noch so viel Geld sagen wie möglich, weil das ist halt die Länge, die am längsten aussieht, beziehungsweise die Wasserlänge. Einfach aus dem Grund, weil er hier nicht so viel kommen kann. Ich wusste, was hier kommen kann, sind so Ballontypen. Aber hier können die dicken Länge rumkommen. Alter, stell dich mal, die Gagantos könnten irgendwie schwimmen. Holy shit. Ich bin nicht so klein gewesen. Ich weiß nicht, kann ich nochmal übersetzen. Jetzt muss man sich schon durch Wasser durch Ich weiß nicht, wie ich das zappeln wollte Ich finde es gut, dass ich noch mal Duschbong Nein, die kommen jetzt schon allein mit Massen Ich hätte niemals irgendwas schnell gut aufbauen können Niemals Schala 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 Nein Schraing wenn man schiefen bekommt ich schiefen zu mir eigentlich noch get to a stick of tendon in zum also ein zombie entlast es ist sogar 15 ways per genders okay if we to work and was concrepanis als an der single level complete the daytime level by planning on mushrooms and coffee beans complete the night level without planting any mushrooms cause it will have wisdom to one hundred feet is that the rest of the mission will have to fill cool tschüss tz ja nein das war eingedrückt habe ich gesehen eeeh kaufen 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 nein verkaufen tschüss 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 für feeling me thank you for feeling me thank you for feeling me du du nein das ist genug ich muss nicht sagen wenn du für feeling mich wenn du für feeling mich ich werde dir zu den 100 schaffen wie viel fehlt mir 400 200 meine ich der Puff wird noch nicht mehr lustig enden oder? yes yay 100 hey i am 100 feet tall celebrate with the typing daisies to get some to leave tiny daisies when they die daisies tschüss